Hallo meine lieben Freunde, hier ist euer 66 Shadow und hier habe ich ein kleines Video-Unboxing für euch. Hier habe ich die neue Xbox 360 Chrome Serie Controller geholt, Special Edition. Hier seht ihr das Ding, ein schönes Teil. Dann habe ich für euch noch Ghost Recon für die PS3. Und jetzt packen wir mal das Ding hier aus. Äh, ich und Sachen auspacken, ist immer eine schöne Sache. Wartet mal. Ja, ihr könnt mein T-Shirt noch ein bisschen sehen. Boah, und die zweite. Äh, dieser Controller hat keinen Akku, läuft sondern mit Batterien. Und hier kommt das Ding. Wie das Ding, Leute, wie das Ding glänzt. Schaut mal. Boah, ich kann mich sogar spiegeln, ey. Fühlt sich richtig geil an. Und es hat wie mein anderer Controller auch diese Funktion hier. Und die Analog-Sticks. Boah, fühlen sich noch besser an als der andere. Weil den anderen, wartet mal, hole ich auch mal kurz. Hier ist der andere. Fühlt sich ganz anders an. Boah, ich finde es einfach geil, wie das alles sich spiegelt. Ich spiegle mich selbst sogar, seht ihr auch. Boah, leck mich am Arsch, ey, Leute. Ha, ha, ha. Boah, Burner, ey. Die Tasten. Guter Widerstand. Boah, ey, das fühlt sich richtig Hammer an, Leute. Hammer. Boah, ey, ich wechsel das gleich hier, tue ich den Akku von dem hier. Gleich hier. Und dann wird mal kurz eine Runde gleich gezockt. Mit dem Controller hier. Vielleicht mit den Oberbits oder so, keine Ahnung, wer da ist. Wer on ist gerade. Ich finde das Ding einfach geil, Leute. Boah, Bombe einfach. Boah, Bombe. Ich freue mich, wie ein Kleinkind gerade hält. Das Ding, ey, schade, dass die PS3 nicht so geile Controller hat. Boah, deftig, Leute. Deftig, deftig. Boah, das Ding muss man mit Samthandschuhen anfassen. Mit Samthandschuhen. Okay, jetzt mal das geile Ding mal weg. Komm, auch so das andere. So, Ghost Recan. Komm, Folie, komm, komm. Und, Bam, Ghost Recan. Ist die deutsche Version, ist kein USK-Version. Und hier habe ich schon mal Codes wieder. Codes, Codes, Codes. Zwei Codes habe ich jetzt, weil der Spieler hat mir hier nochmal einen speziellen Code gegeben. Weil ich ihn sehr gut kenne. Ja, Leute, das war dann ein kurzes Video mit diesem geilen Controller. Boah, rot wie die Türkei-Flagge. Fehlt nur noch der Mond und Stern. Also, meine lieben Freunde, das war euer 66 Shadow.